Hallo, mein Name ist Johann Müller. Ich bin der Urenkel von Pinkus Müller und mache hier eine Ausbildung zum Brauer und Melzer und zeige euch jetzt mal, wie wir hier seit 200 Jahren handwerklich Bier brauen. Das hier ist unser Naturhofen hier. Wir benutzen seit 1980 nach wie vor ganze Dolden. Und wir sind tatsächlich die erste Biobaureihe der ganzen Welt. Das hier ist unsere zweitwichtigste Zutat, das Malz und ist natürlich auch aus biologischem Anbau. Das hier ist unser Herzstück, das Sudhaus. Und hier kommen Hopfen, Mais und Wasser zusammen und werden dann zu Bier gebraut. Nach dem Brauvorgang kommt dann unsere runtergekühlte Würze hier bei uns in offene Gärbordtische. Und wir geben unsere selbst hergestellte Hefe dazu. Das ist die Abfüllung in La. Hier kommt das Bier direkt in die Flasche und von dort aus dann in die ganze Welt. Das ist die Abfüllung in La. Hier kommt das Bier direkt in die Flasche und von dort aus dann in die ganze Welt. Das ist die Abfüllung in La. Hier kommt das Bier direkt in die Flasche. Oder ihr kommt einfach zu uns direkt in die Gaststätte und könnt unser Bier vom Hahn genießen. Denn hier ist der Geist von Pinkuswöller noch zu spüren. Ich weiß nicht, wie wir wurden, nicht mehr den Rat wir gab. Ich wusste auch nicht, wie wir wurden, nicht mehr die Flasche und die Flasche und die Flasche und die Flasche und die Flasche. Ich weiß nicht, wie wir wurden, nicht mehr die Flasche und die Flasche und die Flasche. Amen.